Ja, und dann wünsche ich uns jetzt mit dir viel Spaß und hoffe, dass das mit der Musik alles so klappt. Tja, dann trainiere ich halt parallel. Das macht ja nichts aus, da nimmt man halt einen Segelflieger mit und was weiß ich was noch. Ja, vorne am Start mit der Wiga ist der Thomas Höxmann, der wird den Gernot auf Höhe schleppen. Der Schleppzug wird jetzt auch wieder auf so eine übliche, für einen Kunstflug übliche Schlepphöhe von 600 Metern gehen etwa. Und ja, da wird der Gernot dann ausklinken.